Liebe Fans der Schlittenscheune, aus der Schlittenscheune soll eine Erlebniswelt werden. Und deshalb gibt es ein Crowdfunding oder ein Crowdfanding, weil sie die Fans der Schlittenscheune sind. Ich begrüße diese Aktion und danke denjenigen, die das organisieren, von ganzem Herzen. Es geht darum, dass wir Ilbenau als den Standort des Schlitten- und Bobsports noch weiter weltweit bekannt machen. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass das die weltweit begehrteste Stadt, was den Schlitten- und Bobsport anbetrifft, ist, dass sie 17 Olympiasieger, 165 Olympiamedaillen hervorgebracht hat. Es ist ein wunderschöner Ort, touristisch ganz wichtig, im Thüringer Wald gelegen. Die Landesregierung hat über die letzten Jahre viel, viel Geld investiert. Und jetzt geht es darum, dass Sie die Kasse, das Portemonnaie aufmachen. Und diese Aktion unterstützen. Ich selbst habe mir die Schlittenscheune angesehen. Das ist schon jetzt hervorragend. Das ist ein Anziehungspunkt sondergleichen. Aber wenn wir es gemeinsam schaffen, das größer zu machen, und dazu braucht Ihr Geld, dann können wir eine Erlebniswelt schaffen, die weltweit einmalig ist. Deshalb herzliche Einladung, nicht nur Geld zu geben, sondern sich die Schlittenscheune und später die Erlebniswelt anzuschauen. Herzlich willkommen in Thüringen.